Herzlich willkommen zu einem Neuzugänge-Video. Ich habe mir im Monat Juni tatsächlich mehr E-Books als normale Bücher gekauft. Und da fühle ich mich immer so viel besser, denn der Buchstapel neben mir ist nicht so hoch, sondern nur so hoch. Ich habe sehr viele gute E-Books-Dies geschossen. Als erstes habe ich mir eine Trilogie gekauft. Ich wollte die Trilogie schon super lange haben und endlich gab es sie endlich mal im Deal. Denn ansonsten sind die nämlich viel zu teuer gewesen. Band 2 und 3 um jeweils 3,99 und dann den ersten Band um 5,99 eine Woche später. Und zwar ist das die Jetzt-Trilogie von Gabriela Santos de Lima. Die schwirrt mir so unglaublich lange schon immer in dem Kopf rum. Das erste Buch heißt Jetzt sind wir echt und hier geht es um Lucy und Gregor. Sie lernen sich in einem Schreibworkshop kennen und treiben sich immer die Seele aus dem Leib. Doch plötzlich hört sie nichts mehr von Gregor und das zwei ganze Jahre lang. Doch nun trifft sie ausgerechnet ihn wieder auf ihrer neuen Hochschule und sie soll ausgerechnet mit ihm auch noch einen Podcast machen. Und sie weiß anfangs nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, denn er war ja von einem Tag auf den anderen weg und ihre Gefühle spielen dennoch immer verrückt, wenn sie ihn sieht. Ich habe das Buch mal auf Spotify angehört als Hörbuch so zum Teil und muss sagen, es hat mir ganz gut gefallen, aber ich und Hörbücher, wir sind leider nicht eins. Das nächste Buch heißt dann Jetzt sind wir eins und hier geht es für Tilly um die letzte Chance auf einen Studienplatz. Und dort soll sie mit einem Intertrail quer durch Spanien. Dafür braucht sie aber jetzt Unterstützung, denn alleine kann sie das auf jeden Fall nicht machen, denn so talentiert ist sie nicht im Videofilmen. Und deswegen fragt sie Fotografiestudent Jonathan um Hilfe. Der willigt ein, ihr zu helfen, allerdings nur, wenn er ihre Tattoos auf dem Oberschenkel ablichten darf. Was sie dabei nicht einkalkuliert hat, ist, dass er nun die Narben sehen wird, die unter dieser Tinte versteckt sind. Und er sieht nicht nur die Narben immer so an, sondern er sieht auch sie selbst immer an. Dabei ist doch genau er der Bruder von dem Typen, dem sie damals das Herz gebrochen hat. Und jetzt sind wir endlos, ist dann der letzte Band der Reihe. Und hier geht es um Amanda. Sie gibt sich das Versprechen, dass ihr nächstes Jahr einfach richtig gut werden sollte. Und sie möchte sich auch wieder mehr trauern und einfach ihr Jahr leben. Vier Jahre ist es nun nämlich her, dass ihre erste große Liebe ihr das Herz verbombt hatte. Und sie trifft nun mal auf Emil. Emil ist Künstler und er lebt genau das Leben, was eigentlich sie haben möchte. Und Emil bringt sie dazu, endlich wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Amanda lässt sich dann auf den Deal ein. Doch schnell wird klar, weil er ist mehr mit Emil als zuvor. Und so muss er sich fragen, was tust du, wenn die Person, die dich plötzlich alles wieder fühlen lässt, der beste Freund deines Bruders ist? Dann habe ich mir gekauft von Christina Monninger, Two Lives, Two Risks. Der zweite Band der Breaking Waves Reihe. Heißt die Breaking Waves, ist glaube ich schon, ja. Und das ist so speziell, weil die Cover, wenn man sie so nebeneinander herlegt, wohl ein Bild ergeben. Da ist auch im letzten Monat der vierte und letzte Band erschienen. Den habe ich mir jetzt bereits gekauft. Und ich bin hier wirklich sehr gespannt. Er hat gekostet 14,99 Euro. Und hier scheint Isabels Leben perfekt zu sein. Sie ist er wie in einem Luxushotels und wohnt in einer traumhaft schönen Villa. Doch was niemand weiß, sie ist so tiefst unglücklich und einsam. Als Preston dann in die Bruchtbude neben Isabels Villa zieht, brennt bei ihr die Sicherung durch. Denn er renoviert unglaublich laut, ist aber auch sehr sexy, muss ich zugeben. Sie kann seine Nähe kaum ertragen, denn sie hat zehn Jahre lang versucht zu vergessen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Geschichte, die sich dann durchzieht. Zumindest, wenn man den Klappentext vom ersten kennt. Dann habe ich mir den zweiten Band der Dreamland Billionaires Reihe gekauft von Lauren Escher um 4,99 Euro. Den habe ich mir nur gekauft, weil ich die Reihe eh lesen will und den ersten auch schon habe. Und weil es den eben gerade um 4,99 Euro gab. Hier geht es um Deklan und der ist dazu auserkoren, der nächste CEO seines Familienentbehrungs zu werden. Doch um das Erbe seines Großvaters antreten zu können, muss er eine Bedingung erfüllen. Und zwar muss er heiraten und Kinder kriegen. Und das ist beides für ihn eigentlich undenkbar, denn er ist und bleibt gerne ein Junggeselle. Doch dann willigt seine Assistentin ein, mit ihm einen Deal zu machen und zwar eine Fake-Beziehung einzugehen. Und die beiden sind sich einig, dass keine Gefühle ins Spiel kommen werden dabei. Doch alles kommt anders. Dann habe ich mir gekauft den dritten Band der Dacke-Liedreihe und zwar Redemption von Julia Hausburg. Ich habe den ersten und zweiten noch nicht gelesen, aber ich wollte den hier natürlich auch noch mit Farbschnitt haben. Ich muss sagen, den Farbschnitt finde ich jetzt nicht unglaublich schön irgendwie, aber er passt halt dann zu den anderen beiden Büchern, die ich schon in der Regalreihe stehen habe. 16 Euro hier der Preis und hier geht es um Simonas Leben, das auf den Kopf gestellt wurde, denn ein anonym gepostetes Video ist da. Es zeigt sie, die Nachfahrin einer Schweizer Adelsfamilie im Streit mit der kurz zuvor tödlich verunglücklichen Studentin Sarah. Und nun ist natürlich die Gerüchteküche Amelite-Universität am Brodeln. Simona ist nun bei der Planung einer Feier zu Saras Gedanken mit dabei und sie trifft dort auf ihren Jugendfreund Emil. Und der macht auch noch schwere Vorwürfe. Während der Zusammenarbeit sprühen zwischen ihr und dem undurchstaubbaren Mann zunehmend die Funken. Doch Emil hat ein Geheimnis, das nicht nur Simonas Herz brechen, sondern auch ihre Zukunft immer zerstören könnte. Ich bin echt irgendwie gespannt auf die Reihe, irgendwie zieht es mich aber momentan nicht dahin. Also jetzt habe ich sie auf jeden Fall da. Und dann habe ich mir so eine New Adult Reihe gekauft, von der ich bis dato noch nichts gehört habe, aber die einfach unglaublich doll klang. Und es hat Eis im Titel und es geht auch so ein bisschen um Eishockey. Okay, und dann muss es meins sein. Und zwar ist das einmal Match on Ice von der Autorin, die hier jetzt eingeblendet ist. Das habe ich mir auf dem schlauen Settel nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall hat das 2,49 als Einzugspreis gekostet. Und hier geht es um Romy und die Rivalität zwischen ihr und der Eishockey-Mannschaft ist eigentlich ihr ziemlich egal, bis sie dann in der Notaufnahme landet. Deswegen, zu allem Übel muss sie sich nun auch noch vor den Trainern angeordneten Übungsstunden mit Eishockey-Sachs-Check absitzen. Und dann gab es auch noch den zweiten Band um 4,99 und zwar Lost on Ice. Und ich habe auch gelesen, es gibt noch einen dritten Band, der allerdings erst erscheinen wird. Und hier hat Alice das Eis einfach nur satt. Sie hat nämlich einen Eishockey-Sachs als Zwillingsbruder. Und sie kennt sich dann natürlich super gut aus in dieser Welt von Books, Body-Jacks und Co. Und sie möchte dem eigentlich entflühen, denn sie hat zu viele Wochenende von ihren freien Wochenenden auf dem Spielfeld verbringen müssen, um ihren Zwillingsbruder anzufeuern. Nun zieht sie in eine Stadt, um ein bisschen Abstand von dieser ganzen Geschichte zu erhalten. Doch dann lernt sie Reed kennen und verliebt sich in ihn. Doch ausgerechnet er ist ein Eishockey-Goalie und sie fragt sich, ob das gut gehen kann oder nicht. Werden ihre Gefühle siegen oder nicht? Klingt auf jeden Fall sehr interessant und um 4,99 habe ich mir gedacht, kann ich es mehr mitnehmen. Und ja, das war tatsächlich alles, was ich gekauft habe. Nicht mal so viel und ich habe auch nicht mal ganz so viel Geld ausgegeben, weil ich natürlich E-Book-Dies gekauft habe. So viel Geld ist es geworden und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich so viele E-Book-Dies gekauft habe, weil wenn ich mir E-Book-Dies-Bücher kaufe, dann kann ich mir noch mehr Bücher kaufen. Das ist immer so mein Argument. Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich auch super gerne kostenlos mit einem Klick abonnieren oder hier drüben vorbei gucken, wo ich dir nochmal zwei Videos verlinke. Und nächste Woche geht es dir dann wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.